Hallo, mein Name ist Frank Wilhelmi. Ich stelle euch jetzt die Blechblas-Instrumente vor, die ihr an der Musikschule des Landkreises erlernen könnt und wie man diese Instrumente zum Klingen bringt bzw. Töne auf diesen Instrumenten erzeugt. Zunächst haben wir hier die Trompete, dann das Horn, die Posaune, einmal in der normalen Größe und einmal etwas kompakter, sodass auch Kinder sie schon erlernen können, dann das Euphonium und das tiefste Instrument, die Tuba, auch das ist schon eine Version für Kinder kompakter gebaut als für Erwachsene. Für alle Instrumente gilt, je größer das Instrument, desto tiefer und dunkler ist der Klang. Die Tonerzeugung auf den Blechblas-Instrumenten erfolgt für alle auf die gleiche Art und Weise. Durch Spannung der Mund- und Lippenmuskulatur werden mit dem Luftstrom die Lippen zum Schwingen gebracht. Das sieht dann so aus und hört sich so an. Alle Instrumente haben auch Mundstücke, analog, der Instrumentengröße auch unterschiedlich groß. Diese übertragen die Lippenschwingungen auf das Instrument. In diesem Fall ist es ein Trompetenmundstück, das hört sich dann so an. Jetzt seid ihr sicher gespannt, wie die einzelnen Instrumente klingen. Das zeigen wir euch in den nachfolgenden Videos. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal!